Es sind halt andere Spiele und so, also ich versuche es nicht zu vergleichen. Nicht mehr zu vergleichen auf jeden Fall. Ah, und hier können wir nicht durch, schade. Aber, warte. Jetzt können wir natürlich unsere Assassinskills benutzen, um jetzt so zum anderen Gebäude eigentlich zu kommen. Ähm, mal gucken. Okay, und dann können wir von hier aus hier hin. Irgendwie. Ah, okay. Da sind wir dann, okay. Also wir sind jetzt drin. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wir öffnen die Truhe auf jeden Fall. Ähm, Chemikalien. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt momentan etwas mit sind, aber... Ein Geschenktskoll schaut man hier nicht ins Maul. Sagt man ja bekanntlich. Also... Dürfen wir hier jetzt nicht überklagen. Weil es wurde ja geschenkt. Also... Dürfen wir da nichts drüber sagen. Und Geschenke nehmen wir gerne an. Weil man bekanntlich auch nichts für Geschenke bezahlen muss. Und jetzt sind wir wieder hier. Und hier hört man Klavier. Richtig cool. Okay, das ist der da. Jetzt hätten wir vielleicht ein Messer gebrauchen können. Okay, also wir machen es anders. Wir warten, bis das dick kommt. Und dann töten wir die im Rücken. Diesen General da, was da ein bisschen seinen Runden dreht. Und dann töten wir den im Rücken. Und dann können wir so zum anderen hinschleichen. Ob es so funktioniert, ist was anderes. Aber... Oder... Nein, okay. Der kommt jetzt gerade zurück. Also... Das werden wir so mal versuchen. Auf jeden Fall. Weil der kommt ja... Da gibt es auch etwas, was wir vielleicht sehen müssen. Aber... Das können wir nur immer gleich machen. Okay, der hat uns bemerkt. Okay, das ist gut. Das ist gut. Da ist wieder einer tot. Und jetzt haben wir sogar Pfeil bekommen. Ein Wurfmesser, meine ich. Entschuldigung. Weil ein Pfeil ist etwas anderes. Und mit dem Wurfmesser könnten wir... Nein, wir machen es einfach so. Oldschool. Assassin Style. Und wir haben ihn... Hier liegt etwas. Aber ich würde nicht wissen, was es ist. Es ist eine Kiste, glaube ich. Und wir haben hier ja einen Schluss... Hä, wie kommt man denn da zur Kiste hin? Ah ja, so. Hast vergessen, dass das ging. Dass man so unter Sacken durchgehen konnte. Ach ja, und dann konnte man auch so... Oh... Dann hätte ich nicht so gehen müssen. Das war dumm. Also, Elliotson entscheidet eigentlich indirekt, wer lehm bleibt und wer stirbt. Okay, das ist die Elektro-Dings-Sitzung. Und ein Doppelantat wird das. Okay, wir haben schon mal die Sitzung hier gestoppt. So, wie es uns gefragt wurde. Der lebt jetzt also noch. Zum Glück. Ups, das waren zwei gleichzeitig. Das kann suboptimal enden. Okay, das hätte suboptimal enden können. Das ist der junge Arzt. Schaltet einzigartiges Antetat frei. Das hätte so suboptimal enden können. Ähm, nochmal gucken, was da stand, weil... Okay. Ähm, äh... Junge Arzt. Schaltet einzigartiges Antetat frei. Nehmen Sie den Platz einer Leiche ein, um den Operationssaal zu erreichen. Strategie? Die Leiche verstecken. Okay, und wie kommen wir da nach unten? Ich würde sagen, über diese Treppen und... Ah, nein. Ich glaube, dass uns da unten etwas ganz, ganz Schlimmes erwartet. Ich weiß es aber nicht. Ich vermute aber schon. Da ist eine Leiche. Und wenn wir uns schon als Leiche verstecken müssen... Okay. Der hat uns bemerkt. Das ist gut, wenn man uns bemerkt, weil dann können wir die töten. Und, ähm... Ja. Dann können wir die so einem Attentat töten und dann brauchen wir keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns zu erregen. Und dann haben wir doch weniger Gegner... Oh, Pala. Okay. Der hat uns auch bemerkt. Aber der wird jetzt nichts mehr bemerken. Weil der ist tot. Ähm... Jetzt mal weitergucken. Da gibt's noch jemand. Also hier ist noch jemand. Ich weiß nicht, ob wir den töten müssen. Aber vielleicht besser schon. Okay. das wird jetzt niki action werden weil der darf uns jetzt nicht sehen würde ich sagen ich weiß nicht ob es der arzt ist oder ob es nein das ist der arzt den dürfen wir nicht töten okay wir verstecken uns bei denen also schnell die leiche verstecken also wir verstecken die leiche hier verstecken ja aber das miese hieran ist dass die gar nicht gar nicht herkömmlich gestorben sind sondern einfach nur getötet worden und jetzt müssen wir uns hier hinlegen das ist knapp gewesen glaube ich und der art wird uns jetzt dorthin bringen wo wir hin müssen also hier sind ratten im keller aber das hat er schon öfter gesagt dass wir ratten im keller sind ach scheiße und der ist tot vielleicht hätten wir uns die konferenz anhören können ich sehe nur das blut eines geisteskranken glaubst du einen alten mann zu töten hält den großen architekten der menschheit auf graufort starik hat glorreiche pläne für die menschheit pläne sind dazu da vereitelt zu werden du bist ein kind ein kind das glaubt es könnte das leid der welt mit dem streich einer klinge beenden hast du je über die konsequenzen deiner taten nachgedacht draco frei oder hat dich dein vater gar nichts gelehrt aber er ist tot das ist das gute aber jeder sagt dasselbe wenn man ein einzigen tötet kann man zu die pläne nie verändern aber so wie wir das machen wenn wir jeden einzelnen töten was dahinter sitzt also jetzt müssen wir jetzt müssen wir hier weg kommt und ich glaube wir sind praktisch schon weg also jetzt gehen wir so und dann haben wir es geschafft wir sind raus wir haben auch keine einzige kugel abgefeuert wir sind so stealth hingegangen wie wir konnten nur die leute da im saal wissen dass wir leben dass wir ihm getötet haben aber diese erinnerung werde ich werten bewerten mit einer 5 weil solche geile mission die bewerte ich andere mission sind auch geil aber die bewerte ich nicht also schnelle und zuverlässige linderung das ist ein trophäe das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja dieser tee wurde mir aus indien geliefert per schiff dann vom hafen hinauf in eine fabrik wo er verpackt und per kutsche zur tür gebracht wurde dann wurde er ausgepackt und nach oben gebracht zu mir diese männer und frauen arbeiten für mich alles verdanken sie mir crawford starick ihre arbeit ihre zeit ihr ganzes leben an sich sie arbeiten in meinen fabriken und auch alle ihre kinder und sie kommen zu mir und sprechen von jacob fry diesem unbedeutenden fliegel von einer bande namens assassinen sie missachten eben die stadt die tag und nacht arbeitet damit wir das hier trinken können dieses wunder diesen tee ich nähere mich dem ende meiner forschungen unser geliebtes london wird nicht mehr lange unter diesem lästigen narren zu leiden haben und diese schwester von der ich hörte miss fry miss fry wird dran glauben mit einem kauf mit